Ich habe super viele Fragen zu meinem Physiotherapie-Studium bekommen und da ich es jetzt erfolgreich abgeschlossen habe, habe ich gedacht, mache ich jetzt mal ein Video dazu. Viel Spaß dabei! Moin moin liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Video, zu einer Monkey Mindset Episode und diesmal geht es um mein Physiotherapie-Studium. Ich habe zwar eingescannt, die Urkunde, aber sie ist offiziell bestätigt und dementsprechend denke ich, reicht das als Legitimation, da ich es auch wirklich abgeschlossen habe. Jetzt kann ich sagen, okay, nicht nur, dass der Bachelor jetzt noch kommt, aber der Ausbildungsgrad der Physiotherapie mit dem ganzen Wissen, was es zu lernen gibt in dem Grundausbildungsstudium oder Grundausbildungsteil der Physiotherapie, das habe ich durchlaufen. Und ich habe am Anfang gesagt, ich werde kein Video dazu machen, bis ich es nicht wirklich abgeschlossen habe. Denn es gibt ganz viele Dinge, die ich richtig scheiße finde und es gibt ein paar Dinge, die ich gut finde. Und da geht es weniger darum, dass ich irgendwie meine Hochschule bashen will oder was auch immer, überhaupt nicht. Bevor jetzt irgendwer sagt, der Leon findet die Fresenius scheiße, darum geht es nicht. Die Fresenius ist eine sehr, sehr gute Hochschule, hat nicht umsonst ihren Namen sich erarbeitet. Und es geht mir einfach nur um das, was im Physiotherapeutengesetz steht. Also letztendlich das, wonach sich die Ausbildung richten muss. Da kann die Hochschule nicht ganz so viel dran machen. Das heißt, das, was vom Staat vorgegeben ist, wonach ich dann ja letztendlich auch staatlich anerkannt wurde. Also erstmal grundlegend, machen wir mal Punkt Nummer 1. Was gefällt mir nicht am Physiotherapie-Studium? Wenn du vielleicht jetzt auch sagst, Leon, ich interessiere mich für Sport, ich möchte aber so ein bisschen machen, was du machst. Das interessiert mich, so ein Thema Schmerzen und Mobility und so weiter. Punkt Nummer 1. Bewegung, das hat damit wenig zu tun. Also, was meine ich damit? Natürlich hat man solche Fächer wie Biomechanik. Natürlich hat man solche Fächer wie Bewegungslehre oder Bewegungserziehung, wie es genannt wird. Aber, was mein Verständnis von Bewegung ist, das kannst du nicht vergleichen mit dem, was dir in der Physiotherapie beigebracht wird. Hätte ich meine Erfahrung mit Movement, Mobility, Kraftsport, Krafttraining und so weiter nicht gehabt, hätte ich diese ganzen Sachen auch nicht wirklich gut einordnen können. Weil du kriegst vieles an Theorie, du kriegst auch ein bisschen an Praxis. Aber, wenn wir ehrlich sind, die Praxis, das ist ein so geringer Teil, was wirklich jetzt Bewegung, wir sind immer noch beim Punkt Bewegung, was Bewegung betrifft, angeht, den du auch wirklich verwenden kannst. Da muss ich sagen, wäre ich einen komplett anderen Ansatz gefahren. Grundbewegung kennenzulernen, wie, was ist ein Squat, was ist ein Hip Hinge, was sind die Grundbewegungen, die ein Mensch kann. Tragen, ziehen, drücken, schieben, also waren wir eben schon dabei beim Drücken. Hängen, hangeln, also jetzt mal so über so grundlegende Dinge hinaus. Aber auch, was hat das mit gesunder Bewegung zu tun? Und was heißt gesunder Bewegungsapparat überhaupt? Und nicht zu sagen, okay, jetzt haben wir hier Sagittalebene, Frontalebene, Transversalebene und dann aber den Übertrag nicht zu schaffen. Welche Bewegung haben wir denn innerhalb dieser Ebenen? Weil es ist schön, so ein theoretisches Modell wie Ebenen zu erfahren, aber was können wir denn machen? Wie Rotationsgeschichten, welche Krafttrainingsübungen gibt es dazu, welche Mobilisationsübungen gibt es dazu, welche therapeutische Interventionen gibt es dazu? Also das wirklich zu verlinken. Ja, ich weiß, das Studium heißt, sich mit einer Sache selbst zu beschäftigen, selbst herauszufinden, wo Zusammenhänge sind, beziehungsweise den tieferen Grund dahinter zu erfahren. Aber wenn es um etwas geht, wie in der Physiotherapie einen Menschen zu behandeln, jemanden zur Gesundheit zurückzuführen, dann finde ich, sollte es nicht auf die Studenten ausgewälzt werden oder letztendlich dem einzelnen Individuum überlassen werden, dieses Grundlegende für sich selbst herauszufinden. Natürlich, muss man sagen, jedes Studium, und so kommen wir so ein bisschen zum Thema Therapie, jedes Studium, egal ob es ein medizinisches Studium ist oder ob es ein psychologisches Studium ist oder ob es ein Sportstudium ist, jedes Studium ist nur eine Grundlage, auf dessen du aufbauen kannst, um zu sagen, das will ich dann erreichen. Das heißt, ich muss mich dann mit Thema X, Y und Z nach meinem Studium beschäftigen. Das ist auch für dich, wenn du sagst, ich will das lernen, ich will Physiotherapeut werden, sei dir bewusst, damit hast du nicht alle Werkzeuge, die du brauchst, um jemanden effektiv zu behandeln. Denn jetzt kommen wir zum Thema Punkt 2, Therapie. Bei der Therapie muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, und das sage ich so offen und ehrlich, wie es ist, wenn ich mich nur nach dem richten würde, was ich gelernt habe, und ich habe viel gelernt, ich habe regelmäßig gelernt, und es ist nicht so, ja, du warst ja auch faul, ganz und gar nicht. Wer mich kennt, der weiß, dass faul und Leon in einen Satz zu packen nicht wirklich gut passt, das ist nicht wirklich stimmig, dass wenn ich mich nur auf die Grundlagen konzentrieren würde, was ich gelernt habe, würde ich nicht mit Selbstbewusstsein behaupten können, ich kann dir bei deinen Schmerzen helfen. Das ist eine harte Wahrheit, aber ich stehe zu 100% dahinter. Egal, was irgendwelche Physiotherapeuten sagen, in Bezug auf manuelle Therapie, Massagetechnik oder was auch immer. Das Wissen ist erstens veraltet und zweitens lange nicht so effektiv. Lange nicht. Wie die Dinge, die ich durch mich mit dem Beschäftigen von Mobility-Methoden, von Norathletik, von Krafttraining und so weiter bekommen habe, um ein Grundverständnis für den Körper zu bekommen und letztendlich auch für Schmerzen und Schmerzbehandlung. So, das war, das ist eine harte Wahrheit, das ist wirklich ein hartes Statement. Ja, weil viele sagen, okay, ich weiß ja, wie ich ein bisschen am Gelenk ziehe, ja, dann mache ich meinetwegen noch meine manuelle Fortbildung und dann kann ich dich bei deinen Schmerzen therapieren. Aber Schmerz und solche Probleme am Bewegungsapparat sind einfach viel, viel komplexer als das. Und wenn du nicht den Einfluss des Nervensystems darauf verstehst, dann hast du auf jeden Fall eine große Lücke im Wissen. Ich sage nicht, dass ich davon alles weiß, aber deswegen beschäftige ich mich damit jetzt nach dem Studium sehr, sehr viel. Ich investiere sehr viel Geld in die neuen Ausbildungen und so weiter und auch wirklich sehr viel Zeit, die da reingeht, um das wirklich fundamental zu lernen. Ja, weil ich habe gewisse Dinge verstanden, die auch funktionieren im Coaching, die ich da auch anwende. Ja, sonst würden ja nicht so viele zu mir ins Coaching kommen, aber es gibt noch viel, viel mehr. Ja, und das finde ich ist eine Grundlage. Das ist so Punkt Nummer drei. Neben Bewegung, neben Therapie und Nummer drei Self-Education. Das habe ich eben schon mal ein bisschen angesprochen. Aber immer neugierig zu sein und zu bleiben, denn wenn es darum geht, einen Menschen zu behandeln, dann spielt nicht nur das Körperliche eine Rolle, dann spielt das Geistige eine Rolle, dann spielt das Psychologische, die Kommunikation und das Interpersönliche eine Rolle. Das haben wir im Studium, haben wir das auch angegangen, Thema Sozialwissenschaften. Das heißt, das wäre zum Beispiel wieder so eine Sache, wo ich sagen würde, gut, wunderbar, das finde ich sehr, sehr gut daran, dass zumindest dieses biopsychosoziale Modell angesprochen wird. Weil wenn du Therapeut wirst oder bist, dann hast du damit Kontakt gehabt und das ist super. Da muss ich sagen, finde ich, ist in dem Studium, in dem Ausbildungsteil ein guter Schwerpunkt gelegt worden, um zu verstehen, dass das Ganze was Größeres ist. Thema ICF-Modell. Hey, Schmerz hat nicht nur damit zu tun, dass du eine Struktur behandelt, sondern auch mit den Umweltfaktoren, mit den persönlichen Faktoren, mit den Aktivitäten, die es macht. Und jeder hat individuelle Ziele. Und das, finde ich, war ein sehr, 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 sehr starker Schwerpunkt des Ganzen, der auch super wichtig ist, der auch täglich in meiner Arbeit mit einfließt. Und da hat mir das Studium geholfen, das Ganze noch mehr zu fokussieren und auch wirklich die Wichtigkeit dessen zu verstehen. Um das Ganze abzuschließen, empfehle ich dir jetzt das Studium der Physiotherapie, ja oder nein. Und wie jeder gute Trainer, wie bei jeder Entscheidung im Leben, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Wenn du ein grundlegendes Wissen über Anatomie, Physiologie und die Grundzüge des Gesundheitssystems in Bezug auf Therapie verstehen willst, ja, ist das notwendig. Und wenn du mit Schmerzen, mit Leuten mit Schmerzen arbeitest, finde ich, ist das ein Fundament, was du brauchst. Und nicht nur, ja, ich war mal selbst in der Therapie und die haben mich behandelt und ich weiß jetzt ganz genau, was ich zu tun habe beim Thema Schmerzen. Das reicht nicht. Das reicht absolut nicht. Dementsprechend einfach, wenn du sagst, ich will was über Bewegung lernen, ich will was über Krafttraining lernen, dann ist vielleicht eher das Sportstudium anzudenken. Aber da frag doch zum Beispiel mal den David, David Hilmer. Mit dem habe ich auch ein Video gemacht, was Ende Oktober kommt. Das heißt, schau da gespannt nach und schreib ihm auf Instagram einfach mal, weil der kann dir mehr dazu sagen. Aber dann wäre das mehr die Schiene. Wenn es aber um Thema Therapie und Schmerzen geht, gibt es bisher keine bessere Alternative. Ich kann dir nur sagen, mach auf jeden Fall den Bachelorabschluss, den ich jetzt auch noch machen werde, denn das erlaubt dir, auch im Ausland dann später arbeiten zu können. Ein Ausbildungsgrad in der Physiotherapie reicht nicht. Reicht aus meiner Erfahrung einfach nicht. Auch mit den Physiotherapeuten, die schon lange fertig sind, mit denen ich gesprochen habe, die auch dann irgendwelche sektorale Heilpraktiker oder was auch immer noch mit drauf gemacht haben, um dann auch eine höhere Qualifikation zu haben als mit dem Ausbildungsgrad. Weil da bleibst du auf Deutschland beschränkt. Und man weiß nie, was kommt. Und da gibt es zwar jetzt noch eine ganz große Diskussion rund ums Gesundheitssystem, die ich anführen könnte und warum Physiotherapie nicht gut ist, wie es innerhalb des Gesundheitssystems funktioniert und so weiter und weswegen ich Moving Monkey mache und Coaching, so wie ich es mache. Aber das gehört nicht zu dem Video. Ja, das ist, was nach dem Studium kommt und dementsprechend, wenn du Lust darauf hast, dass ich darüber mal ein Video mache, dann sag mir das doch in den Kommentaren und sag mir, hey, Leon, wäre auf jeden Fall eine coole Variante. Ich würde gerne mal dazu ein bisschen mehr erfahren. Dann schreib mir dazu. Wenn du sagst, Leon, du hast mehrfach über das Coaching gesprochen und ja, ich beschäftige mich auch damit, ich finde aber keinen wirklichen Weg und keinen Pack an, meine Schmerzen zu beheben, dann schreib mir an info.leonviktor.de und dann werde ich mich einfach mal mit dir zusammensetzen, mal ein bisschen telefonieren und gucken, wie ich dir helfen kann, damit wir auch deine Dinge strukturiert und mit den besten Erkenntnissen aus Therapie und Training verbunden angehen können. Weil es braucht immer beides. Keine Therapie geht ohne Training und kein Training geht ohne ein gewisses therapeutische Intervention einher. Selbst wenn es Prehab-Übungen sind, selbst wenn es Mobility-Übungen sind, das sehe ich so ein bisschen in Bezug auf Selbsttherapie. Ja, also das braucht immer beides. Und dementsprechend schreib mir dann an info.leonviktor.de oder schau einfach mal auf meiner Seite, leonviktor.de und dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen wisst ihr, bananenpost.leonviktor.de, okay? Das ist dafür die E-Mail-Adresse. Wenn du sagst, zu diesem Video hast du noch Fragen, du bist selbst Student oder willst das Ganze studieren, dann sag mir einfach nochmal Bescheid. Ich mache gerne nochmal eine separate Podcast-Episode, aber das wird ja jetzt auch als Podcast kommen. Von daher, danke fürs Zuschauen und wie immer, Keep Moving sehr sexy, dein Deo.